Della, du hast da ein bisschen mitgeholfen. Ich habe das sofort erkannt, dass das so deine Handschrift hat, das Boot, weil du hast was drauf gezeichnet oder gemalt. Ich habe es drauf. Ja, du hast es drauf. Und machst du selber heute auch mit oder hast du das nur gezeichnet, gemalt, gepinselt. Ich bin sozusagen der Käpt'n an Bord. Der Käpt'n? Fantastisch hier. Wir sind ja zu acht auf dem Kloß hier. Möchtest du wissen, wer da mit drauf kommt? Das wäre ganz gut. So, jetzt kommen unsere drei OB-Anwärter, die fahren mit. Nein. Ja, der Herr Waldraaf, Herr Schlickau und Herr Schostock. Alle bei dir. Ja, Reihenfolge ist jetzt zufällig gewesen. Ja, natürlich. Dann haben wir noch zwei Scorpions-Spieler, die fahren mit und zwei Maskottchen. Also wir sind zu acht auf diesem Boot und ich hoffe, es wird uns tragen. Fantastisch. Du hast ja auch schwergewichtige Personen mit dabei. Also ich meine, jetzt nicht schwergewichtig vom Gewicht her, sondern vom Inhalt. Ja, richtig. Das macht das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Verbindest du diesmal auch wieder eine Aktion damit, sage ich mal, irgendwas für einen guten Zweck oder wolltest du einfach mal die Politiker baden gehen lassen? Nein, wir wollen ja alle nicht baden gehen. Das ist, wenn du nochmal da auf die bitte drauf gehst, das ist nämlich das NKR. Das NKR-Boot. Ach, das mit dem Entenrennen auch? Ja, genau. Das Entenrennen, das kommt aber erst später. Ich glaube am 18.00 Uhr, am 17.00 Uhr, ich weiß nicht genau. Also es ist schon wieder für einen guten Zweck. Ja, so habe ich es in Della auch in Erinnerung, dass er immer was mit guten Zweck macht. Und das finde ich ganz großartig. Ja, dann toi toi toi. Ich mache übrigens auch mit heute. Ja, aber vom Rand aus. Ach so, okay. Gut, danke schön. Viel Spaß. Danke schön. Ich finde das großartig, dass das Crazy Crossing gleich für was Gutes auch benutzt wird. Und wir haben jetzt alle dabei, alle Oberbürgermeister, Anwärter aus Hannover. Das ist eine gute Idee. Das ist großartig, ja. Ja, so. So, und wenn es geht, alle mal lächeln so ein bisschen, ja? Ja, ja. Wir sind nicht zum Spaß, sondern auch zum Vergnügen hier. Großartig. Warte mal, ich frage das mal. NKR, wofür steht das denn nochmal? Ja, das steht für Nord-, äh, also, äh, nee, äh, jetzt, äh, normal Cut. Ja, Cut, das schneiden wir raus hier. Ja, schneiden wir raus hier. Ja. Also, Norddeutsche Knochenmark, äh, Register Spendendatei. Register Spendendatei. Register Spendendatei. Noch einmal. Wir versuchen es nochmal. Wir versuchen es noch einmal. NKR. Ich glaube, das machst du anders. Das machen wir anders. Ich blende das nachher unten ein. Das ist ein sehr langes Wort. Gut, das blenden wir unten ein, wenn es reinpasst. Super. Dankeschön, Della. Wir haben es ja vorhin schon mal geübt. NKR heißt, das kann ich jetzt nicht, ich möchte mich jetzt in Ruhe umziehen, ja? Ja, gut. Das ist ein süß. Das ist ein süß. Vielen Dank.